Hallo und willkommen zur letzten und 25. Ausgabe von Mathematik 2, heute wieder mit mir. Es geht um Differenzialgleichungen höherer Ordnung und wir schauen noch ein bisschen in Differenzialgleichungssysteme rein. Und zwar natürlich wieder gewöhnliche Differenzialgleichungen höherer Ordnung mit konstanten Koeffizienten, also quasi die Erweiterung von dem vom letzten Mal, wo wir zweiter Ordnung gerechnet haben. Und die gute Nachricht, es ändert sich eigentlich nicht viel. Schauen wir uns mal gleich direkt das Beispiel hier unten an. Das ist unsere Differenzialgleichung dritter Ordnung. Und genau, wir haben wieder konstante Koeffizienten 3, 4, 12 und 1. Und dann haben wir hier noch eine Inhomogenität, eine Polynomiale. Ja, und was sagt jetzt die Theorie? Wir können das Ganze wieder auf dieselbe Weise lösen. Unser Ansatz ist natürlich wieder sowas wie E hoch Lambda mal T. Das ist unser Ansatz. Und wenn wir den einsetzen, dann bekommen wir aus dem Y3-Punkt wird ein Y hoch 3. Aus dem 3Y-Punkt-Punkt werden 3Y² und so weiter. Ja, also ich bekomme hier dieses Polynom. Und von dem muss ich jetzt natürlich die Nullstellen finden. Dritte Ordnung, ja, jetzt macht es uns ein bisschen schwieriger, aber mit einem kleinen Tipp oder mit MATLAB oder wie auch immer, finden wir raus, das ist die Zerlegung. Also haben wir ein Lambda 1 ist minus 3 und Lambda 2 3, also Lambda² plus 4 gleich 0, das sind natürlich plus minus 2Y. Okay, und jetzt machen wir für jeden der Lambdas, die wir rausbekommen, und das wäre das Gleiche, wenn wir eine Differenzialgleichung 10 der Ordnung hätten und dann 10 verschiedene Nullstellen, Lambda 1 bis 10 hätten. Wir machen für jedes Lambda, machen wir einen Ansatz. Ja, genau, wir sind übrigens bei der homogenen Lösung. Also, genau, wir lassen erst mal das Störgel gleich, setzen wir gleich 0. Gut, also Ansatz für jeden von diesen Termen. Also Lambda 1 gleich minus 3, das setzen wir jetzt direkt hier in die E-Funktion ein, in unseren Ansatz, bekommen also einen Term e hoch minus 3T. Das ist genau der, den wir hier unten finden, e hoch minus 3T. Und wir bekommen natürlich noch eine Konstante, ein C1 davor, so wie wir das immer machen. Und dann geht es weiter, dann haben wir, also wenn es noch eine reelle Nullstelle wäre, dann hätten wir auch nochmal ein e hoch andere Nullstelle mal t. Jetzt haben wir hier ein komplexes Paar. Und da wissen wir ja, wenn wir so ein, im Prinzip ein Delta plus minus i Omega haben, jetzt ist unser Delta, das ist 0, und unser Omega ist 2. Da wissen wir, da wird ein Sinus und ein Kosinus draus mit dem Omega. Also wir haben hier einen Kosinus und da ist jetzt das Omega der 2er drinnen und ein Sinus 2T. Die beiden Terme bekommen wir, jeweils auch mit dem Konstanten C2 und C3 davor. Genau, also jetzt haben wir Differenzialgleichung dritter Ordnung wird zu charakteristischem Polynom dritter Ordnung. Dann bekommen wir drei Nullstellen, also haben wir hier drei Terme für die homogene Lösung. Und jetzt können wir natürlich weitergehen, jetzt wollen wir noch die partikuläre Lösung suchen. Und da ist es jetzt wieder ganz genau so, wie wir das ehemals auch schon hatten. Also Polynom ersten Grades, der erste Ordnung. Ja, da haben wir einen Ansatz, auch erste Ordnung, a plus b mal t. Denn einzige Ausnahme wäre, wenn eines der Lambdas gleich Null ist in der homogenen Lösung. Dann müssten wir nochmal ein t drauf multiplizieren. Haben wir nicht, unsere Lambdas sind ungleich Null. Gut, und diesen Ansatz hier für die partikuläre Lösung, den setzen wir natürlich wieder hier in die DGL ein. Rechnen a und b aus und bekommen dann diese Koeffizienten raus, ein Sechstunddreißigstel und ein Zwölftel. Ja, also eigentlich nichts anders als bei zwei Übter Ordnung. Also bestimmt bitte die homogene Lösung, diese Differenzialgleichung hier. Und damit ihr das charakteristische Polynom gut auflösen könnt, hier der Hinweis, Lambda gleich minus 2 ist Nullstelle. Ich hoffe, es hat einigermaßen geklappt, lösen wir es auf. Also Lambda gleich minus 2 Nullstelle, dann bleibt Lambda plus 1 Quadrat übrig. Im Prinzip, ihr macht eine Polynomendivision mit diesem Term Lambda plus 2. Dann bleibt übrig Lambda Quadrat plus 2 Lambda plus 1. Gut, also ich habe Lambda 1 ist minus 2, Lambda 2 ist minus 1 und auch Lambda 3 ist minus 1. Das bedeutet, jetzt wieder ganz leicht, aus meinem minus 2 Term wird ein e hoch minus 2 t. Aus meinem minus 1 Term, auch reell, wird ein e hoch minus 1 t. Und jetzt habe ich den minus 1 doppelt. Jetzt können wir natürlich nicht wieder den gleichen Term verwenden, das hatten wir schon mal. Also bei zweiter Ordnung war das der a-periodische Grenzfall. Jetzt brauche ich zur Unterscheidung für den zweiten minus 1 muss ich hier ein t einfügen. Also e hoch minus 1 mal t mal t. Genau, hätten wir 3 mal die Nullstelle minus 1, dann bräuchte ich noch einen Term mit t Quadrat. Also so lassen sie sich alle unterscheiden. Und jetzt sind wir fertig mit der homogenen Lösung. Hervorragend. Jetzt machen wir eine Störfunktion und bestimmt bitte die partikuläre Lösung. Wunderbar. Also Auflösung. Unser Ansatz ist einfach die Störfunktion mit einer Konstanten davor. Einzige Ausnahme wäre, wenn minus 3, also hier das Lambda in der Störung, wenn das auch Teil der homogenen Lösung ist. Jetzt schauen wir hier, homogen, minus 2, minus 1, nein, minus 3 ist nicht Teil der homogenen Lösung. Also keine Ausnahme, ganz normaler Ansatz. Ganz normaler Ansatz, also einfach die Störfunktion mal Konstante. Sonst hätten wir da noch ein t vorne mit einfügen müssen. Okay. Jetzt, ja, nehme ich den Ansatz und stecke ihn in die Differenzialgleichung. Also 3 mal ableiten. Da bekomme ich viele minus 3s nach vorne. Das Ganze auflösen. a ist ja meine einzige Unbekannte in dieser großen Gleichung. Und ich bekomme raus, a ist minus ein Viertel. Und das ist dann die fertige Lösung. Ich kann also sagen, meine allgemeine Lösung für diese Differenzialgleichung dritter Ordnung ist hier mein y homogen plus y partikulär. Und wir sind fertig. Also ganz einfaches System, wie das Ganze funktioniert. Gut, und das ist natürlich auch auf alle höheren Ordnungen übertragbar. Größte Schwierigkeit hier ist jeweils nur das charakteristische Polylom zu lösen. Gut, im nächsten Video geht es dann gleich weiter mit Differenzialgleichungssystemen. Bis gleich.